Alles gut bei euch! Jungs, wer gewonnen? Männer, hier kommt's! Hört mal, hört mal schön zu! Ich habe vor dem Spiel vergessen, euch was zu sagen, aber eigentlich habe ich es tatsächlich nicht gesagt. Weil ich gedacht habe, vielleicht stachelt euch das noch ein bisschen an. Aber... Nein, der Kollege drüber hat euch ja hier angepflaumt beim Aufwärmer. Ja, richtig scharf und er hat mir gesagt, es tut ihm leid. Ihr wollt bloß nicht noch mal hingehen, damit es nicht noch mehr aufgeheizt wird. Ich soll bei euch ihn entschuldigen. Das mache ich jetzt nach dem Spiel. Das andere ist überragend, 4-2. Was mir nicht gefallen hat war, wir waren nicht scharf genug heute, das haben wir in der Halbzeit schon besprochen. In der zweiten Halbzeit war es nicht viel besser. Wir fangen nach dem 4-0 an zu fieseln und so. Ich mache es da noch ein kleines bisschen spannender, das hätte es nicht gebraucht. Aber das müssen wir wieder raus korrigieren. die Woche ein bisschen auf dem guten Weg. Eins von eins ist safe. Ab geht's! Ab geht's! Komm zusammen! Wollen wir mal siegen? Ja, die Gegner! Das ist gegen Fetzel. Nein, nein, komm! Geist! 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 Pass auf den Paul auf! Ich hätte den Paul nur in Stoll leben müssen. Paul auf! Paul!